Na da schau mal einer an. Dass Johnny Depp zwei Kinder hat, ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Seine Tochter kennt man bereits. Denn die steht mit ihrer mehr als gut laufenden Modelkarriere ihrem Vater in nichts nach. Doch von seinem 16-jährigen Sohn hat man bisher noch nichts gesehen. Doch nun erschien zu seinem 16. Geburtstag ein Foto von ihm im Internet. Fans waren außer sich und überschütteten ihn mit Gratulationen. Und die Ähnlichkeit zu seinem Vater ist mehr als auffällig. Der Junge ist seinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.